Jetzt mal kurz gucken... Wir müssen entweder noch eine Party schmeißen, was uns aber wieder Energie kostet, also beziehungsweise unsere Werte fallen lässt, oder noch einen Film drehen. Ja, dann würde ich sagen, was machen wir dann? Tag hat eben erst angefangen. Wir schmeißen eine Party. Kohle haben wir genug. Hier die Lebenspunkte gehen auch wieder hoch, dann können wir nämlich direkt den nächsten Kampf machen. So, sehr schön. Gesundheit, da haben wir uns nochmal was zu essen. Eine Pizza rein. Nein, da wollte ich hin. So, dann machen wir den nächsten Kampf gegen Rio. So, da stand eben Kalk Koken. Egal. Na komm, komm, jawohl, schön ausweichen und treffen. Ja, jetzt hat er uns mit seinem Cobra Schlag getroffen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Komm, nicht nur da stehen. Ah, komm, jawohl, weiter, komm. Und er hat keine Energie mehr. Sehr schön. Und, ah, jede Sekunde, wo wir da stehen, kostet uns, äh, kriegen wir einen Kombo-Punkt draufgedonnert. Ja, da ist das natürlich verheerend, wenn er einfach nur da steht und nix macht. Komm, gleich hasten. Und, zweite Runde down. Sehr schön, 2000 Dollar bekommen. Wie viel brauchen wir fürs nächste? 1800. Wir bekommen 40 jetzt zum Tageswechsel. Das ist ein 600. Dann, würde ich sagen, ne, wir hauen uns noch kein Energy rein. Wir werden jetzt erstmal trainieren. So, erstmal hier dran. Damit alles hoch geht. Und, wenn der Tageswechsel dann war, keine Lust mehr. Mimimimimi. So. Da, also, wir könnten überall oben bleiben. Könnten. Wohlgemerkt Und wir werden es gleich sehen 200 Dollar Und 40 Sterne bekommen Sehr schön Ja gut, bei Ausdauer sind wir jetzt Ganz knapp gefallen Das macht jetzt nicht so viel aus Bei der Gesundheit sind wir wieder oben Da müssen wir jetzt Auch ein bisschen trainieren Morgen können wir eh erst den nächsten Kampf machen, also den nächsten Film Drehen Und Ja da sind wir glaube ich Gut gewappnet Machen wir noch ein bisschen Liegestütze Oder gehen wir direkt an die Handelbank Komm gehen wir direkt an die Handelbank So direkt an die Handelbank Da sind wir jetzt auch mal für 2 Tage Geschützt Und dann noch ein bisschen Ausdauer Reine Ausdauer trainieren Dann könnten wir eigentlich Am nächsten Tag Komplett durchkommen Ja Könnte funktionieren Und Tageswechsel Sehr schön Hast eh gleich keine Lust mehr Schlafen Wollen wir uns mal einen Kaffee reinzischen Eins, zwei Kaffee Und eins, zwei, drei Vier, fünf Komm Was soll der Geiz Zwo mal Fleisch So wir können jetzt Eine Party schmeißen Reicht nicht Wir drehen einen Film Einen Ninja Film Also wohlgemerkt Also wohlgemerkt Wir sind Chucky Chan Und das sind die Gegner Die wir nacheinander alle vermöbeln Komm Das ist fast so langweilig Dann wie die Übungskämpfe Wenn man hier die ganze Zeit Ohne Probleme durchkommt Und Ohne einmal getroffen zu werden So muss das sein Fortfahren Da werden wir jetzt mindestens einmal getroffen Oder Und Komm weiter Komm 18er Combo Zwo Na Da haben wir einen ersten Treffer einstecken müssen Aua Aua Das hat weh getan Ein Fitcher Combo Sehr schön Na Mach ruhig Schaden bei dir selbst Das Macht mir nichts aus Umso weniger muss ich machen Komm Und Weg ist er Dann Kämpfen Eieiei Hallo Das ist aber nicht nett Gar nicht nett Na 32 38 Und uns direkt wieder getroffen 17 19 22 Na wolltest du uns etwa Energie entziehen Na Komm Einer noch Und dann Liegt Hallo Genau So muss das sein Wir haben bisher in drei Kämpfen Gerade mal 25 Ausdauer verloren So es geht doch 16er Combo 15 16 Dann kannst du auch mal ein paar mehr Combo Punkte kriegen 18 17 Nach 33 Weiter Schön treffen Genau Weiter Sehr schön Das ist die falsche Richtung Wir haben jetzt in einem Kampf doppelt so viele Treffer einstecken müssen Als in den drei Kämpfen davor Eieiei Na ja der vierte ist mit am schwersten Da ist der letzte hier einfacher Und Komm Weiter Nicht die ganze Zeit stehen bleiben 3 6 Next 7 Insgesamt So muss das sein Genau Komm Weiter Sehr schön So Und ein Treffer noch Komm Ein Treffer noch Jawohl Und wir haben gerade mal sieben Schaden bei dem Kampf jetzt Kassiert Na Öfters treffen Genau So muss das sein 9 8 8 17 23 Ja Solange der mit seinem komischen Cobra Schlag mich trifft Kann uns das egal sein Weil der Cobra Schlag ist vor allem für uns blöd Weil er die ganze Zeit nur da steht und wartet und wartet Kommt noch einen Sauber Auch geschafft So Nimm den Preis So Damit Damit hätten wir Moment Wir brauchen Vier mal Pizza 1 2 3 4 4 So Dann können wir direkt Hier Den nächsten Kampf machen Jetzt gegen Kün Der hat Der hat aber eine Menge Lebensenergie Aber seine Aber seine Schläge Die ziehen ihm ganz schön Energie ab So muss das sein Genau Weiter Sehr schön Er hat keine Energie mehr Oh Aber er regeneriert 50 Energie Sehr gut Weiter Kommen Ja Weiter Kommen Ein paar mal richtig zutreten Damit er Liegt Komm Und vor allem Dass er nichts machen kann Je mehr Treffer er einsteckt Umso weniger kann er machen Boah 44 Sehr schön Und wir haben jetzt mehr Leben als er Das sieht gut aus Seine Schläge Die verbrauen so viel Energie 42 Sauber Und komm Ja Komm Komm Leg ihn nochmal nieder Und Jawoll Geht doch Puh Ja Der Kampf war Naja Geht so Also War schon Herausforderung Weil wir jetzt nicht wussten Mit seinem ganzen Leben Was wir ohne gehauen haben Aber Hat sehr gut gepasst 3000 Dollar bekommen Ach Wir haben ja hier noch Talentpunkte Weg des Tigers Ne Weg der Schildkröte Hüftknochenschlag Wojo Oder freihändig Wir machen das mal freihändig Dann machen unsere Dritte mehr Schaden So Wie viel brauchen wir denn für den nächsten Brauchen wir 700 Heißt Einen Film noch drehen Und dann haben wir es Dann würde ich sagen Zwei Tage warten Trainieren Film drehen Und dann können wir Den letzten Kampf In der Liga gegen Kalk Kogan Bestreiten Na das passt doch Und dann Müssten wir ja eigentlich Soweit sein Wenn wir den besiegt haben Dass wir Auf die Insel können So Da hat er gleich keine Lust mehr Gut Also ich glaube Die nächsten zwei Tage Brauchen wir uns keine Sorgen Hier um Die Unsere drei Werte machen Das kriegen wir ohne Probleme hoch So Was haben wir da Dann Oh da sind wir sogar gleich bei 13 So Damit wäre der Tag Jetzt auch vorbei Und Am nächsten Tag Drehen wir einen Film Machen den letzten Kampf Und Damit Würden wir dann auch Gleich auf der Insel landen Und Das Spiel wäre dann Fertig So Gleich noch was essen Na Da haben wir jetzt Die 13 Ja Das passt doch Sehr gut Jetzt hat er Hunger Jetzt ist die Frage Müssen wir nochmal Äh Wir haben noch Kaffee Wir haben noch Energy Ich würde sagen Wir gehen noch einmal Zu Apu Werden hier jetzt Den Kühlschrank Ein letztes Mal Auffüllen So Das haben wir Wir werden auch Keine Talentpunkte Mehr da holen So Dann Ab in den Keller Und Moment Ich möchte hier die 4 haben Ich möchte hier die 4 Hier die 21 Und hier die 13 Also am nächsten Tag Also am nächsten Tag dann Und dann können wir So gesehen Die letzten Kämpfe machen So Komm Tageswechsel Dann zeig uns was wir trainieren müssen So wir müssen jetzt nochmal kurz aufs Laufband Die 13 haben wir auch gleich Und jetzt haben wir die 13 Dann werden wir jetzt einen Film drehen Wir müssten jetzt Hoffen wir mal dass es reicht So kämpfen A2 da kommen Sehr schön 12 Wir machen Wir haben jetzt Eine Stärke mehr Und dadurch machen wir auch mehr Schaden Das ist sehr gut Und Energie Tun wir nicht so viel mehr verbrauchen So Komm Hat sich Oft treffen lassen Wie es machen 39er Combo Sauber Komm weiter Und Einmal noch Jawohl So Erste Ninja Bis Passe eh Zweite Ninja Na Diesmal Kassieren wir aber viel mehr Schaden Als beim letzten Mal Komm Weiter 14er Combo 22 Na Oh Wenn er die ganze Zeit zutreten will Dann Lassen wir ihn halt zutreten Vor allem wenn wir ausweichen Hehehe Komm Na 43er Combo Sehr schön Und er liegt Zweite Ninja Passé Jetzt kommt Ninja Nummer 3 Gleich mal zu Anfang Eine 25er Combo Dann die ganze Zeit ausweichen So macht es doch Spaß 23er Combo 23er Combo 35er Combo Komm nochmal so ein Ding Und 25er Combo 26er Combo Na Und Er liegt Erste Runde Weiter geht's Das ist der der uns Beim letzten Mal So viel abgezogen hat Gucken ob er das diesmal auch schafft 50 Energie hat er uns das letzte Mal abgezogen Na Sieht nicht so aus 18 26 32 35 37 Weiter so Komm Genau so muss das sein 8 16 Ohne dass wir ihn überhaupt schlagen Hehehe 24 Komm Ein richtiger Treffer noch Und Er liegt Ja Ninja Nummer Äh 4 wäre damit auch Passé Dann Ninja Nummer 5 Gleich mal 24er Combo Rausgehauen Na Komm Weiter Weiter Komm Wie wär's mal Mit ein paar Kombo Treffern bei ihm Jawohl 24 Weiter 13 Und 20 21 Und Er liegt Ninja Nummer 5 Passé Und jetzt kommt der letzte Ninja 24 Kombo Sehr schön 9 10 15 Naja No 9 18 Komm Weiter 19 25 30 20 24 Niedergeschlagen Und Na Liegt er jetzt noch Ah 5 Leben hat er noch Knapp Knapp Es war sehr knapp Und Das war's Nimm den Preis So Reicht es Reicht es Reicht es Reicht es Ja Es reicht Ich No 20 20 20 20 20 23 20 25 23 24 28